Herzlich willkommen bei Chefsache, unserem Express Wirtschaftstalk. Wir sind heute bei der Firma Schiebl, dem Weltmarktführer in der Herstellung von Drohnen. Und bei mir ist heute Hannes Hecher, der CEO von Schiebl. Vielen Dank, dass wir die Gelegenheit haben, heute da zu sein. Dahinter uns ist die Drohne, unter Anführungszeichen, die ihr herstellt. Das ist ja eigentlich was ganz anderes als das, was ich mir unter einer Drohne vorgestellt hätte. Ist das das Produkt, bei dem ihr auch Weltmarktführer seid? Was ist das bzw. wo ist da der Unterschied zu dieser klassischen Drohne, die man eigentlich den Kindern manchmal kauft als Spielzeug und die dann abstürzen und dann gibt es großes Weinen und Schreien oder Drohnen halt im militärischen Einsatz, wie wir sie auch kennen. Aber was für eine Art ist das? Ja, willkommen bei uns im Haus. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass wir die Aufmerksamkeit bekommen. Das ist unser Chemcopter S100. Das ist das Produkt, das die Firma Schiebl in diesem Bereich herstellt, ein unbemannter Helikopter. Er hat 200 Kilogramm Startgewicht und mit diesen 200 Kilogramm ist der Helikopter, wie er da an der Wand hängt, 110 Kilogramm schwer. Das heißt, wir können 90 Kilogramm zuladen. Diese 90 Kilogramm gehen einmal hinein in den Treibstoff. Damit können wir sechs bis acht Stunden in der Luft bleiben und wir können bis zu 50 Kilogramm Sensorik mitnehmen. Was meine ich mit Sensorik? Das sind Kameras, das sind LiDAR-Geräte, das sind Radargeräte, das sind andere Sensoren, um zum Beispiel Gase zu detektieren und die können wir einerseits unterhalb vom Helikopter anbringen, hier auf der Seite oder hier vorne an der Nase. Also bis zu 200 Kilogramm schwer, er ist von der Spitze bis zum hinteren Ende drei Meter und hat einen Rotodurchmesser von 3,4 Metern. Und damit sollte mal schon ein gewisser Unterschied zu den kleinen Spielzeug, wie wir es alle kennen, was ja auch als Drohne bezeichnet wird, landläufig dargestellt sein. Wir haben einfach die Größe und mit der Größe von unserem Einsatzzweck ist auch die Fläche. Wenn man uns einsetzen möchte, dann brauchen wir ein großes Gebiet, Bogenland, halb Niederösterreich. Da können wir dann das machen, was man mit den Sensoren, die wir aufbauen, umsetzen kann. Zum Beispiel wir suchen jemand. Wir suchen gezielt nach gewissen Personenereignissen oder wir detektieren in der Land- und Forstwirtschaft den Zustand der Felder mit speziellen Sensoren, die am Helikopter sind. Was sind da die meisten Einsatzgebiete? Du hast es jetzt schon erwähnt, Suche von Personen, Beobachtung, landwirtschaftliche Entwicklungen. Kann man das auch verwenden, zum Beispiel für Grenzüberwachungen oder auch um Truppen, theoretisch auch um Truppenbewegungen zu beobachten? Auf jeden Fall Aufklärung. Das ist das, was wir können, wo man eine Kamera in die Luft bringt und von dem Ort, wo wir jetzt weg sind, Realität schafft, die 100 bis 200 Kilometer weiter weg ist. Das heißt, der Helikopter detektiert etwas und kann dann zum Beispiel mit einer elektrooptischen Kamera bei Tag oder auch bei Nacht etwas detektieren und gibt die Bilder direkt zur Bodenstation weiter. Also der Helikopter fliegt nicht losgelöst und selbstständig, sondern er ist immer in Kontakt mit der Bodenstation. Dazu haben wir auch eigene Antennen, die die Signale hinauf übertragen zum Helikopter und der Helikopter gibt ständig das, was er sieht, an uns weiter am Boden. Das sind digitale Signale und die Signale bleiben auch nicht bei uns. Wenn wir zum Beispiel Grenzeinsatz Steiermark, Burgenland fliegen würden und wir fliegen dort die Grenze ab, sechs bis acht Stunden und können dort an der Grenze detektieren, welche Übertritte gibt es. Jetzt wird ein Ereignis oder etwas, was von Interesse ist, detektiert. Unsere Mannschaft hat neben sich dann einen Grenzeinsatz, wahrscheinlich einen Polizisten stehen, der Verbindungsoffizier ist. Wir informieren ihn. Er sagt uns in dem Moment, was sollen wir tun? Er sagt, das sind Jäger, fliegt es weiter. Wir fliegen automatisch weiter. Oder dieser Polizist sagt, nein, das ist ein Grenzübergang wahrscheinlich. Dann bleiben wir in der Luft stehen. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir sind von der Luft aus, also vom Boden aus detektierbar. Wir wollen ein Zeichen setzen. Dann sagt er, die kennen wir, die wollen immer wieder drüber. Fliegt in die Nähe hinunter und zeigt, Achtung, österreichisches Grenzgebiet, ihr seid hier bereits erkannt. Oder Plan B, er sagt, okay, schauen wir uns das einmal an. Dann bleiben wir in einiger Distanz, ein bis zwei Kilometer in der Luft, stehen und beobachten, was passiert da. Und jetzt liegt es dann an diesem Verbindungsoffizier, dass er sagt, so, jetzt wird diese Information weitergegeben an ein Einsatzzentrum in Klagenfurt oder nach Wien. Da tritt ein Krisenstab zusammen, die sagen, aha, wir haben halt dort einen illegalen Grenzübertritt von einer größeren Gruppe. Was machen wir? Und so wird die Information, die von unserer Bodenstation ist, weiter übertragen und kann dann in Wien, Innenministerium, zu einer Entscheidungsfindung führen. Und die haben ständig das Lagebild vor Ort. Das heißt, das Wichtige ist eigentlich, die Daten sind nicht bei euch und gehören euch auch nicht, sondern ist jetzt eigentlich nur ein weiter Leiter und bietet die Grundlage für Entscheidungen, die dann im Innenministerium sind. Genau. Super zusammengefasst. Wir sind eigentlich nur eine Plattform, die Sensoren trägt und der Kunde entscheidet, was mache ich mit diesen Daten. Und das ist mannigfaltig vom Einsatzzweck. Jetzt haben wir gerade Grenzüberwachung besprochen. Großes Zukunftsfeld, Land- und Forstwirtschaft. Aus der Luft heraus zu detektieren, wie ist der Zustand von Feldern. In dem Moment kann man feststellen, dieses Feld ist in diesem Bereich überbewässert, in einem anderen Bereich unterbewässert. Eine ganz einfache Information, die man dem Landwirt zur Verfügung stellt und dort wird das Wasser abgedreht, dort wird das Wasser angedreht und er hat auf einmal 10, 15 Prozent mehr Ernteertrag. Das Gleiche können wir auch machen mit dem Befall. Das heißt, wenn irgendwo Schädlinge sind, kann der Landwirt punktuell hineingehen und das dann... So genau sieht man das von oben? So genau sieht man das von oben, ja. Und Vorteil für uns alle, er muss weniger das gesamte Feld besprühen, sondern kann punktuell hineingehen. Jetzt ist natürlich die berechtigte Frage, warum sehen wir das nicht ständig in Niederösterreich? Da ist das große, dieser Helikopter hier, ist in der Welt der Luftfahrt, der großen Luftfahrzeuge. Das heißt, wir haben im Grunde genommen die gleichen Auflagen wie, wir sind ja hier am Flughafen Wiener Neustadt und wir sehen draußen am Flugfeld ständig Maschinen starten, landen. Das gleiche Reglement gilt auch für uns. Und hier muss die Luftfahrt noch sehr viele Regeln schaffen, dass sich die bemannte Luftfahrt und die unbemannte Luftfahrt vom Regulativ her nebeneinander bestehen dürfen. Das heißt, ihr braucht es eigentlich jedes Mal, wenn du jetzt über ein Feld fliegen würdest, in Niederösterreich eine eigene Genehmigung und so weiter. Und das macht es kompliziert und wahrscheinlich sehr bürokratisch. Das macht es immer noch kompliziert. Lass uns jetzt einmal 10, 15 Jahre in die Zukunft schauen. Diese Technologie wird irrsinnig, kann sehr viel Nutzen stiften. Nur dazu müssen wir den Weg gehen von der Entwicklung der Technologie. Sicherheit darf kein Thema sein. Das verlangt die Luftfahrtbehörde auch zu Recht. Und auf der anderen Seite braucht man auch das Regulativ, wo Firmen wie wir hineinarbeiten können, um solche Services dann auch anzubieten. Ob unser CamCopter S100 dann die perfekte Lösung ist für die Land- und Forstwirtschaft, werden wir sehen, wenn einmal der rechtliche Rahmen geschaffen ist. Wir wollen als Erste dort sein und die Möglichkeit auch. Aber bezüglich der Landwirtschaft, das macht ja nur Sinn, wenn man das über eine relativ weite Fläche macht, vermute ich. Das heißt, das könnten dann eigentlich nur die Genossenschaften sein, die auf euch zurückgreifen. Wir werden das selbst nicht anbieten, sondern das muss dann in Form einer Genossenschaft oder eines Service-Providers sein, der sich darauf spezialisiert und unsere Technologie einsetzt. Wir schauen nicht in die Zukunft und überlegen uns Geschäftsmodelle, die wir am Markt platzieren. Das ist, was wir können, diese Plattform zu bauen, zu entwickeln, weiterzuentwickeln und das werden wir auch weitermachen. Was er ja auch macht mit diesem Gerät ist die Emissionsüberwachung von großen Frachtschiffen. Ja. Inwieweit kann man da auch optimieren, wenn man sieht, welche Emissionen da ausgestoßen werden oder ist das eher so, dass man sagt, okay, man schaut sich das an, um das bewerten zu können, aber da geht eigentlich nichts. Das ist sozusagen, wie es ist und diese Emissionen sind da und auch nicht vermeidbar. Nein, danke. Das ist eine sehr interessante Frage. Wir sind ja jetzt vom Regulativ gekommen, dass wir fliegen dürfen. Auf hoher See tut man sich natürlich leichter, Luftraum zu separieren, wie das momentan noch die unbewandten Luftfahrzeuge in dieser Größe brauchen. Die Europäische Union hat sehr genaue Vorgaben für den Treibstoff, den die Schiffe verwenden müssen. Jetzt haben Schiffe und dieser Treibstoff mit den Vorgaben ist natürlich teurer wie anderer Treibstoff. Jetzt haben Schiffe mehrere Tanks. Die Schiffe oder die Räder, die sich an alles halten, sind ja nicht das Problem, sondern die anderen. Das heißt, es kann jetzt schlechtestenfalls passieren, dass ein Schiff im Hafen den EU-Treibstoff verwendet und sobald sie außerhalb vom Hafen sind, umstellen auf den billigen Fusel. Und da möchte die EU dagegen vorgehen und da fliegen wir eben im Auftrag einer europäischen Behörde, der European Maritime Safety Agency, fliegen wir in die Abgase von Hochseeschiffen ein, haben vor dem Helikopter eine, wir nennen das Lanze, ein Stecken hinausgeht und können dann dort Luftproben entnehmen und die können sofort detektieren, den Schwefelgehalt. Das ist ein erster Indikator. Wenn hier ein Verdacht besteht, werden weitere Schritte gesetzt, in dem Fall von der Küstenwache, um dieses Schiff zu kontrollieren, womit fahren die. Wenn wir den Täter haben, nachher zahlt er die Party. Also eigentlich etwas, was durchaus auch im Nachhaltigkeitsbereich, also eigentlich in der Effizienzoptimierung von Mitteln einsetzbar ist. Und irgendeinem anderen Frachtstift kann ja nichts tun dagegen. Und das sieht euch zwar kommen, aber keine Möglichkeit, das zu vermeiden. Das schalten Sie dann nicht um. Und da kann man wirklich, es gibt viele Gute und ein paar Schlechte und die können wir herausfinden. Wettbewerbsfähigkeit natürlich, mit ein paar billigeren Titelvermitteln. Ja, aber wissen alle, wie wichtig der Umweltschutz ist. Und die Schifffahrt ist ein sehr starker Emittent weltweit. Ein ganz anderes Einsatzgebiet, was auch immer wieder angesprochen wird, ist ja die Auslieferung von Waren. Ist das geeignet, um, sagen wir mal, Amazon-Pakete oder nicht nur Amazon-Pakete von sämtlichen Zulieferern, die ja jetzt immer populärer geworden sind, um sowas zu transportieren, relativ günstig, relativ preisgünstig? Also, als erstes einmal, Transport von Lasten ist auf jeden Fall ein Thema. Und zwar können wir hier einen Hacken mit einem Seil unterhalb befestigen und können dann bis zu 50 Kilogramm Last vom Boden wegheben und transportieren, wie man das bei den vermanten Helikoptern kennt. Oder wir haben auf der Seite einen Behälter und können dort etwas transportieren, zum Beispiel Schwimmwesten. Wenn wir im Einsatz für Unterstützung von der Küstenwache eingesetzt werden, kann es durchwegs dabei sein, wenn wir etwas detektiert haben und die Küstenwache sagt, ja, das ist hier eine Rettungsaktion, dass wir in dem Fall dann sogar Schwimmwesten abwerfen können, wenn Menschen im Wasser sind ohne Schwimmwesten. Also, auf der Seite transportieren oder unterhalb. Und hier haben wir momentan gerade auch Tests laufen mit der Autoindustrie für die Versorgung von Plattformen mit Einzelteilen. Bis zu 50 Kilogramm klingt jetzt nicht wahnsinnig aufregend. Wenn jetzt aber auf einer Plattform ein Teil, ein kleines Teil ausfällt, dass gerade das Teil Murphy's Law ist nicht dort auf Lager, dann sind sie froh, wenn man so ganz schnell mit einem unbemannten Helikopter das Teil hinbringen kann und muss nicht mit einem bemannten Helikopter fliegen. Das ist immer viel länger vorbereitet. Wie schnell fliegt denn das? Bis zu 200 Kilometer. Also schneller als ein normaler Hubschrauber in dem Bereich? Die 200 Kilometer ist natürlich die maximale Reisegeschwindigkeit. Wenn man das macht, dann hat man auch dementsprechend viel Spritverbrauch, wie man es beim Autofahren kennen. Zurück kommend auf Amazon. Wir brauchen Fläche. Das heißt, wir sind nicht für einen Nahbereich geeignet und Pakete bis zu 50 Kilogramm. Also da kann man die Waschmaschinen anliefern. Da sind gleich schon mehrere. Und man braucht natürlich eine Landegelegenheit und recht luftfahrtsrechtlich. Wir werden nie im innerstädtischen Bereich fliegen mit so einem Helikopter, weil wir bräuchten dazu zwei Antriebe. Wenn wir über Wien über den Außenbezirk aus Sicherheitsgründen. Und das ist in der Luftfahrt das oberste Gesetz. Safety first. Aus wie vielen Teilen besteht denn so ein Helikopter? Wird das alles hier in Wiener Neustadt produziert oder gibt es da eine Zulieferkette auch? Wir haben mehrere hundert Teile, aus denen sich der Helikopter zusammensetzt. Und diese Teile werden größtenteils bei Zulieferfirmen bestellt und auch nach unseren Vorgaben gefertigt, ingesourced. Die Teile werden dann bei uns kontrolliert und aufs Lager gelegt. Und wenn wir so einen Helikopter zusammenbauen, ist er in drei Wochen zusammengebaut und auch schon getestet. Seht ihr jetzt auch dieses Thema der Zulieferkettenproblematik, dass die Teile später kommen, dass es schwieriger ist, überhaupt was zu bekommen? Also wir haben 120 Zulieferer, primär in Österreich und haben deshalb einen sehr guten Kontakt. Diese Zulieferindustrie in Österreich hat einen weltweit exzellenten Standard und deshalb würden auch so Firmen wie wir, wann immer, in Österreich am besten angesiedelt bleiben. Also da ist ein klares Bekenntnis zu Österreich. Haben wir deshalb auch die Möglichkeit, besser auf die Lieferketten Acht zu geben? Ja. Und wir sind natürlich in engem Kontakt mit unseren Lieferanten schon ständig. Wie schaut die Verfügbarkeit der Teile aus? Und die hochsensitiven Teile, die sind gar nicht einmal so das Problem. Weil unsere Zulieferer produzieren ja auch für die deutsche Luftfahrtindustrie oder für die Raumfahrtindustrie. Die sind relativ gut eingedeckt. Momentan sind die kleinen, wir nennen es dummen Teile das Problem, wo niemand damit gerechnet hätte. Da entstehen auf einmal Engpässe weltweit und da gibt es dann Kleinteile für Ventilatoren, die fehlen. Ja, weil der Anwendungsbereich größer ist und das nicht so produktspezifisch ist. Genau. Oder wurden in Zeiten von Covid für den medizinischen Bereich verwendet. Da gibt es ganz schnell noch Engpässe. Wir sehen da hinter uns einen alten Chemcopter und wenn man das jetzt mit dem Gerät von vorhin vergleicht, hat das ja eine enorme Entwicklung offenbar durchgemacht. Ihr habt es geschafft, eigentlich in den letzten 15 Jahren zum absoluten Weltmarktführer in diesem Bereich zu werden. Was war da ausschlaggebend dafür? War es das Team? War es wirklich die Technologie? War es die Innovation? Die schnelle Weiterentwicklung? Was waren die wesentlichen Faktoren, dass ihr jetzt wirklich ganz an der Spitze seid? Eine sehr interessante Frage. Die zwei Modelle, die wir da im Hintergrund sehen, stellen unsere Geschichte dar. Der Schwarze war der allererste und dahinter der Weiße war schon der erste, der ein Kennzeichen von der österreichischen Luftfahrtbehörde bekommen hat. Also das war nachher die Weiterentwicklung, bevor wir in die Serie gehen konnten. Aber wie ist es dazu gekommen? Dazu gehört einmal einer, der sehr visionär ist und sehr mutig ist. Und das ist der Eigentümer, der Hans-Georg Schiebel, der Mitte der 90er Jahre gesagt hat, wie kann ich die nächste Revolution bringen? Wir sind ja damals aus der Minensuche gekommen. Wie bringe ich eine Plattform in die Luft? Aus der Minensuche, das heißt mit? Wie hat das funktioniert, die Minensuche? Die Minensuche war eigentlich der Erfolg, den die Firma Schiebel in den 80er Jahren hatte. Damals mit Minensuchdetektoren ist es gelungen, weltweit das Standardprodukt zu werden. Bis hin Ausrüstung, schwedische Armee, amerikanische Armee, da waren wir wirklich die Anführenden weltweit. Und da war dann der Wunsch Weiterentwicklung, wir bringen eine Plattform in die Luft und können diesen Bereich der Minensuche vielleicht auf diese Form wieder revolutionieren. Also Mut, Vision, das ist der Eigentümer. Und was ist die Basis für unseren weiteren Erfolg? Ich würde sagen, diesen Unternehmensgeist beizubehalten, die Flexibilität. Und dann natürlich ist es ja nicht so wahnsinnig schwer, die absolute Begeisterung für diese Technik. Du hast vorhin gesagt, ihr seid in Österreich gut aufgehoben. Das ist für euch als Standort das richtige Land. Leidet ihr auch so darunter, dass es zur Zeit wahnsinnig schwer ist, Mitarbeiter zu finden? Oder ist das in dem Bereich, das ist ja sehr technisch eigentlich, kein Problem? Also diese Engwasser-Mitarbeitern, an gut qualifizierten und technischen Mitarbeitern, hat sie schon die letzten Jahre angekündigt. Mit so einem tollen Produkt im Hintergrund haben wir uns natürlich sehr lange sehr leicht getan. Jetzt ist es aber auch bei uns angekommen, dass wir wirklich beim Kampf um gut ausgebildete Mitarbeiterinnen ebenfalls uns sehr bemühen müssen, hier Leute hereinzunehmen. 2005 die Idee, dass man ausgehend davon, dass das Aufspüren von Minen sehr erfolgreich war, auch in die Luft geht und das dort weiterentwickelt. Aber wie ist es denn wirklich dazu gekommen, dass man den Chemcopter entwickelt hat? Weil das sind ja doch noch wahnsinnig viele Schritte dazwischen, bis man dann dort ist, wo man heute eben auch sehr, sehr erfolgreich ist, angekommen ist. Es hat circa zehn Jahre Entwicklungszeit gebraucht, bis einmal die Idee dann auch umgesetzt wird in die Technik und den Stand der Technik, der damals zur Verfügung war. 2005 war dann der erste Großauftrag aus den Emiraten. Und dann hat sich die Entwicklung kontinuierlich fortgesetzt und wir sind jetzt bei 32 Kunden auf fünf Kontinenten vertreten. Und genau jetzt fliegen wir zum Beispiel für Emser, für die European Maritime and Safety Agency in Dänemark und in Rumänien und machen für sie dort Unterstützung der Küstenwache. Und, entschuldige nur, diesen Erfolg, der war sozusagen international. Wir haben aber gleichzeitig auch in Österreich schon Erfolge zu verzeichnen gehabt und das ist mit der österreichischen Luftfahrtbehörde uns gelungen, um als erstes Unternehmen in Europa eine Zertifizierung für so eine Art von unbemannten Helikopter zu bekommen in unserer Gewichtsklasse. Und von 2005 bis 2000 jetzt einfach dieses Commitment, dass wir uns ständig weiterentwickeln und ständig bessere Sensoren, Sensoriker reinnehmen und damit unsere Kunden begeistern. Damit kann man Weltmarktführer bleiben, aber ist ein langes Commitment und das ist noch nicht zu Ende. Gibt es da, weil ja oft gesagt wird, China kopiert Technologie, ist dann relativ gut im Nachbauen, ist ein bisschen billiger auch im Nachbauen. Ist das ein Thema für euch oder ist diese Technologie so überlegend, dass man eigentlich, dass es nicht möglich ist, das in der Schnelligkeit nachzubauen? So überlegen, wir müssen immer noch besser sein von der Umsetzung aus der Sicht des Kunden als unserer Mitbewerber. Machen wir keine Illusionen, dass unser Commcopter ist schon, ich glaube, in sehr vielen Instituten der Welt gewesen und wurde versucht, das zu kopieren. Mechanisch würde ich mal sagen, einfach, da muss man das Ganze nur auseinandernehmen, vermessen. Elektronik, ja, aber Mechanik, Elektronik und die Software dazu. Da ist unser langjähriges Know-how und wir haben jetzt doch mehr als 20 Jahre Einsatz-Nah-how. Wir haben an die 100.000 Flugstunden und haben uns damit eine Expertise aufgebaut, die schwer zum Nachbauen ist. Wir sehen immer wieder in den sozialen Medien, sehen wir dann Nachbauten von uns und offensichtlich sind sie nicht so erfolgreich. Die Diskussion war jetzt auch auf einer politischen Ebene ein bisschen, wie wichtig ist, dass man so eine Technologie, so einen Technologieführer, wie ihr das seid, auch in Europa hält. Wie siehst du den Wirtschaftsstandort Österreich? Macht es Sinn, hier zu sein, hier zu produzieren? Ist Österreich ein Land, wo man auch aus wirtschaftlicher Sicht sagen kann, ich möchte hier bleiben? Es ist für mich, der Wirtschaftsstandort ergibt sich aus einem Biotop. Wo kann etwas am besten wachsen von seinen Anforderungen her? Und da kann ich den Wirtschaftsstandort Österreich wirklich nur empfehlen. Einerseits Zulieferindustrie. Diese hohe Qualität der Zulieferindustrie, auch bedingt durch Automobilindustrie, Weltraumindustrie, Luftfahrtindustrie, große Bereiche. Das sind viele kleine Firmen, die sich spezialisiert haben und ein Top-Niveau, weltweit Top-Niveau haben. Zweitens Ausbildungsstandort unserer Mitarbeiter. Von der Lehre beginnend, wir bilden auch selbst Lehrlinge aus, über die HTLs, Fachhochschulen, Universität. Und aus diesen verschiedenen Stufen haben wir die Mitarbeiter, die wir brauchen, um zum Beispiel hier Produktion, Flugbetrieb, um Standort in Wien, die Weiterentwicklung. Dazu braucht man die Nähe zur Technischen Universität in Wien. Das ermöglicht uns diesen zusammen, also den Wirtschaftsstandort Österreich zu verstärken. Und als Drittes braucht es natürlich auch eine Offenheit von einer Behörde. Und da hat halt die österreichische Luftfahrtbehörde am Anfang einen, würde man sagen, über eine Behörde hinausgehende Bereitschaft gezeigt, etwas zuzulassen. Und das sehen wir jetzt auch im europäischen Umfeld, also die österreichische Luftfahrtbehörde mit der europäischen Luftfahrtbehörde, haben es Interesse, uns zu beobachten. Warum? Wir sind jetzt sozusagen in einem Biotop, einer der Fische, der es geschafft hat. Und für sie, für die Luftfahrtbehörde, ist damit auch eine Einspiegelung möglich, was kann die Industrie jetzt leisten. Und wir wollen das natürlich leisten, dass wir die Fluggenehmigung in freien Luftraum bekommen. Aber das ist ein gemeinsamer Entwicklungsschritt, der hier gesetzt wird. Ich finde es extrem positiv und es freut mich auch, wenn ich jetzt von dir höre, dass diese Zusammenarbeit da so gut funktioniert und dass das keine gegenseitige Behinderung ist. Manchmal hat man ja den Eindruck, sondern dass das wirklich sozusagen ein Zusammenarbeiten ist, dass man auch eine österreichische Firma an der Weltspitze halten kann. Ja. Wie siehst du denn die Weiterentwicklung vom CamCop? Ist das jetzt schon das Ende oder wird er größer, wird er schneller, wird er wendiger? Alles. Wir werden auf keinen Fall kleiner, weil im Bereich der kleinen Drohnen, DJI, wir kennen alle diese Einbieter, die haben ihre Bereiche und sind sehr gut drin. Wir haben in unserem Bereich von den Anforderungen, von der Fläche, die wir brauchen, ein gutes Segment gefunden. Wir entwickeln uns ständig weiter, wir investieren pro Jahr, die 20 Prozent von unserem Umsatz geht in die Entwicklung, damit wir ständig mehr Kundennutzen erzeugen können. Was ist das? Wir müssen eigentlich leichter werden. Unsere Kunden wollen entweder länger fliegen oder mehr Sensorik tragen. Und wenn wir leichter werden von dem Luftfahrzeug, dann hat der Kunde diesen Nutzen. Und dazu setzen wir zum Beispiel jetzt 3D-Druck ein auf die TAN-Basis und überlegen uns die Konstruktion unserer Bauteile so zu ändern, dass die ständig leichter werden und wir damit den Kundennutzen erzeugen können. Dass man den Chemcopter elektrisch antreibt, war das jemals eine Überlegung oder würde das Sie machen oder sind die Batterien einfach zu schwer? Macht das überhaupt keinen Sinn? Der momentane Stand der Batterietechnologie ist dafür noch nicht geeignet. Wir können mit den Batterien 20, 25 Minuten fliegen. Das ist ein Nachteil, also sehr begrenzte Flugdauer. Zweitens, eine leere Batterie ist gleich schwer wie eine volle. Bei uns jetzt, bei einem leeren Tank, fliegt der Helikopter länger, weil er leichter wird. Und diese Ratio fehlt mir. Die elektrischen Antriebe haben natürlich sehr viele Vorteile. Ich könnte mir einiges an Komponenten sparen. Momentan geht diese Rechnung noch gegen die Elektrifizierung aus. Antwort, wir schauen uns das immer wieder an und werden es uns auch in Zukunft anschauen. Aber die Bitte an die Batterietechnologien wird es ein bisschen besser. Und entwickelt es euch ein bisschen schneller. Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich bedanke mich. Danke, dass wir da sein durften. Dankeschön. Ich freue mich, dass Sie heute zugeschaut haben und freue mich auf nächste Woche.